6. Dezember 1964 Die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens Geistliches Tagebuch Frühmorgens ging ich zu ihm. Als die heilige Messe begann, fing die heiligste Jungfrau in mütterlicher Liebe anzusprechen. Feuer werden wir mit Feuer löschen. Ihre Worte überraschten mich, denn danach hielt sie inne, um dann erneut weiterzufahren. Ich werde mit euch vereint, ein solches Wunder wirken, mit dem die Wissenschaftler der Welt Vergebensversuche machen, sie werden es niemals lösen können. Dies kann nur die Weisheit der reinen und gottliebenden Seelen begreifen, denn sie besitzen Gott und seine Geheimnisse. Ja, meine Tochter, Feuer werden wir mit Feuer löschen, das Feuer des Hasses mit dem Feuer der Liebe. Die vom Feuer des satanischen Hasses erfüllte Flamme schlägt schon so hoch, dass Satan glaubt, sei sieg, sei sicher. Aber meine Liebesflamme, verblendet Satan, diese Liebesflamme habe ich dir übergeben, und in Bälde wird sie ihre Bestimmung erreichen, denn die aus meiner Liebe hervorbrechenden Flammen löschen das Feuer der Hölle. Meine Liebesflamme wird das ganze Erdenrund mit unvorstellbarem Licht und Wohltun der Wärme überströmen. Meine Tochter, dazu brauche ich Opfer, dein Opfer, euer Opfer, damit die vom höllischen Hass brennenden Geister und Herzen den sanften Schein meiner Liebesflamme übernehme. Dann begann sie zu erklären. Weißt du, was du bist? Ein kleiner Punkt, der von meiner Liebesflamme entbrannt ist und das von mir gewonnene Licht entflammt die Seelen. Je mehr Opfer bereiter und im Gebet wachende Seelen es geben wird, umso wirksamer wird die Kraft meiner Liebesflamme auf Erden sein. Stellt euch daher auf, ganz eng aneinander, denn an der Kraft des Opfers und Gebetes bricht die vom höllischen Hass brennende Flamme. Die Bösen werden sich immer einengen, ihre vom Hass brennende Flamme wird ausgelöscht und das Licht meiner Liebesflamme wird alle Enden der Erde erfüllen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 12. Juli 2001 Erzengel Michael Offenbarungen über die Liebesflamme Die Mutter Gottes ruft euch immer wieder zum Gebet und zum Opfer auf. Die Sühne und das Opfer haben dann einen wirklichen Wert, wenn ihr es mit dem Sühneopfer Christi verbindet. Sein Kreuzesopfer hat die göttliche Gerechtigkeit versöhnt. Die heilige Jungfrau Maria als Miterlöserin bietet in ihrer mütterlichen Liebe die Gott dargebrachten Gebete und Opfer dar, damit ihr euch mit dem Sühneopfer Jesu verbindet. Die Mutter Gottes stand am Kreuze Jesu und wurde zur Miterlöserin, in dem sie mit ihm gemeinsam gelitten hat. Ihr ganzes irdisches Leben war ein Mitfühlen und Mitleiden mit ihrem göttlichen Sohn. Durch die Miterlösung wurde sie zur Gefährtin im Erlösungswerk Christi, in dem sie seine Kreuzigung seelisch durchlitten hat. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.